In einer fabelhaften Welt, wo Liebe und Hase aufeinandertreffen? Wo Glauben, Verstand, kein Gleichgewicht finden? Was ist stärker? Die Lieder, die man für eine Person enttient? Oder die Verpflichtung, die man in Gehirn nur hat? Lohnt es sich vielleicht, die harte Wahrheit und Fantasien zu verschleien? Untertitelung des ZDF, 2020